Auch die Leute, die jetzt hier bei uns stehen, dann könnten wir es natürlich auf jeden Fall schaffen. Oh, ich höre einen Loot. Ha! Nein! Ja, ich bin tot. Ich auch! Oh! Ups. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Ark Extinction. Und ich sehe, ihr seid ja wieder ganz fleißig gewesen auf dem Server, denn wir haben hier zwei Spinos hinter mir stehen. Nicht schlecht. Der Wahnsinn, dann haben wir jetzt ja auf jeden Fall schon mal zwei richtig starke Tiere. Und was ich ja auch schon festgestellt habe, ist, dass die Vellonasaurier ja auch gar nicht so schwach sind. Das heißt, für die nähere Zukunft können wir es auf jeden Fall mal in Angriff nehmen. Also wahrscheinlich auch jetzt für die Folge dann quasi. Dass wir mal einen Orbital Supply Drop verteidigen und halten gegenüber diesen komischen Corrupted Viechern. Was haltet ihr denn davon? Vor zehn Minuten ist einer runtergekommen, da hinten bei dem Gerippe, wenn man da aus der Stadt rausgeht. Also nicht weit weg. Bleiben die so lange liegen? Reicht das mit zehn Minuten, dass wir da noch hinkommen? Oder müssen wir da jetzt eher... Also das würde gehen. Aufteilung der Tiere. Das ist jetzt die entscheidende Frage, ja. Also ich würde auf jeden Fall... Eine Eule hast du ja schon gesagt gestern, ne? Sollten wir auf jeden Fall dabei haben. Zum Plan. Äh, es war bisher geplant, dass wir auf jeden Fall eine Eule mitnehmen. Genau. Und dann halt die andere Aufteilung wären Spinos und die Vellonasaurier. Genau, Vellonasaurier auf jeden Fall, ja. Jetzt ist die Frage, entweder zwei Spinos oder zwei Vellonasaurier. Ja. Auf jeden Fall zwei Spinos, die können gut was weg tanken, würde ich sagen. Okay. Vellonas, die können zwar auch einstecken, aber ich weiß halt nicht, ob das sich nur auf bestimmte Schadensarten bezieht. Weißt du, so weiß ich, keine Ahnung, Milischaden oder so. Kann dann sein, wenn sie mal irgendwie mit einer anderen Schadensart kriegen, dass sie dann da vielleicht krass empfindlich sind und schnell sterben. Das weiß man jetzt halt nicht. Das haben wir noch nicht alles so ausprobiert. Also die sind auf jeden Fall gegen Minischaden, haben sie halt eine Panzerung. So viel kann ich schon sagen. Aber wir wissen ja nicht, was da alles noch kommt, so an Viechern bei den Corrupted. Ich nehme gerne einen Spino, ich bin altmodisch. Ja, dann nehme ich auch einen Spino. Spielwerk nimmt ja bestimmt seinen Vellonasaurier. Ja. Wollen wir mehr als einen Vellonasaurier mitnehmen, ist so die nächste Frage. Ich weiß nicht, ob die Unberitten so viel Sinn machen. Mhm. Also nur einen, dann. Würde ich erstmal machen. Okay, dann nehme ich mir den Besten am besten. Den Besten am besten. Ich nehme mir am besten den Besten. Äh, dann muss ich jetzt noch... Mit Auszeichnung. Der Beste, der Beste, der Beste. Äh, ja, 2600 Leben hat der hier. Ich glaube, hatte ich nicht schon einen auf 3000 gebracht? Hatte ich nicht den hier schon auf 3000? Ja, den hatte ich auf 3400. Ja, 3400 Leben, 5000 Stamina. Oh ja, das ist definitiv der Beste. Und Nahkampfschaden hat der immerhin 211. Der hier hat Nahkampfschaden, hatte der glaube ich mehr. Der hat schon 300 Nahkampfschaden dafür. Und nur 4000 Stamina. Oh, diese Entscheidungen. Ich glaube, ich werde den hier mitnehmen, dann kann ich den auch noch ein bisschen leveln. Diskutiert noch eine Weile, dann ist der Dorf weg. Ja, stimmt. Ich bin fertig. Im Moment, ich brauche noch Fleisch. Ah! Genau. Aber ich weiß nicht, wo das ist, ne? Das müsst ihr jetzt berücksichtigen. Bei der großen Gerippe. Ja, beim Gerippe einfach. Ich gehe schon mal vor und gucke, ob er noch da ist. Genau. Guckt mal. Genau, einer kann ja gucken, ob er noch da ist. Wenn er nicht mehr da ist, hat sich das eh erledigt. Wer ist denn hier jetzt noch ein... Ah, du hast das okay. Ich wollte hier noch ein bisschen Fleisch holen. Achso, ich wollte auch noch Fleisch holen. Warte, hier, so. Oh, wir haben ganz viel Fleisch. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Fleisch. Fleisch. Spielbeer, wir haben ein Geschenk für dich. Ich glaube, das wird jetzt gerade nichts erstmal, weil wir jetzt erstmal ganz schnell zu dem Job müssen. Bevor der weg ist, wenn wir es überhaupt noch schaffen. Also los! Dass ich nach Richtung Norden reite, ist aber richtig, oder? Ja. Ja, ich stehe da am Tor und warte auf dich. Dann machen wir das jetzt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob wir das hinkriegen. Oder ob wir am Ende feststellen, wir brauchen deutlich mehr Tiere und deutlich stärkere Tiere für so einen Drop. Ähm, den Drops. Was ist das für einer? Hattet ihr das gesehen? Nein, das kannst du nämlich nicht sehen. Das ist genau das Problem. Oh Gott. Wenn man hingeht zu so einem, zu einem Orbital Supply, dann kann man da hingehen und den mit E aktivieren. Damit aktiviert man die ganze Sequenz und es öffnet sich ein Tech-Schild. Mhm. Tech-Schild kann unterschiedliche Farben haben. Es gibt Blau, Gelb, Rot und Violett. Diese Farben stehen für die unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade, in denen es das gibt. Also er ist noch hier. Blau ist am einfachsten, Violett ist am schwersten. Okay. Wenn man das aktiviert hat, dann hat man auch ein bisschen Zeit, um zu gucken, ob man das jetzt machen will oder ob man das verziehen will. Also man hat theoretisch die Chance, noch abzuhaben. Ah. Steht da dran, wie lange das noch da ist? Irgendwie so ein Ablaufteil oder so? Ich will ehrlich nicht absteigen, weil ja alles voll korrupt ist im Moment. Ich mach mal sauber. Ich hab einen Explorer-Not gefunden, den nehm ich gleich mal mit, dann kann ich hier noch ein bisschen mehr leveln. Aber den lese ich jetzt mal nicht vor, weil wir ja unter Zeitdruck stehen. Hier, wo ich bin, wo mein Name steht. Äh, er wurde aktiviert, ich hab aber nichts gemacht, ich stehe nur daneben. Oh, scheiße. Die Farbe ist blau. Die Farbe ist blau, die Farbe ist blau. Also, äh, okay. Das ist am einfachsten. Also, ja. Ich bin bei Shadow. Shadow, wir können losgehen direkt. Hilfe, ich bin allein hier. Ja. Können ich im Schild bleiben oder lieber rausgehen? Ich kann halt leider nicht so schnell laufen. Rausgehen, um die Viecher zu töten. Ja. Wie viel Zeit hast du denn, bis das richtig losgeht? Ich weiß es doch nicht. Ich stehe jetzt hier drin. Also, ich bin gleich da, wie gesagt, aber ich bin halt am langsamsten von uns allen, ne? Ich hab halt den Drachen, also nicht den Drachen hier, den Velonasaurier, der ist halt nicht so schnell. Wir bräuchten den Ketz, um dich zu tragen. Der ist ja auch nicht schneller, oder? Ketzels kann man übrigens tatsächlich themen. Das hab ich mal aufgeklärt. Also, das war tatsächlich auch dieser Bug. Wir hatten ja beim letzten Mal, das habt ihr jetzt in den YouTube-Videos nicht gesehen, versucht einen Spino zu tamen und auch einen Ketz, die beide nicht gefressen haben. Der Foodwert ist einfach nicht gedroppt. Das war einfach ein Bug. Und, ähm, wir haben festgestellt, dass das, wie gesagt, also ich hab festgestellt, dass ein Bug ist, man kann Ketzels zähmen. Die braucht man teilweise sogar, wenn man die Titanen bezwingen möchte, hab ich schon mitbekommen. Shadow, stell dich auf die Hinterbeine, dann machst du mehr Schaden. Ach ja. Ich helf mal hier. Das sind aber jetzt nicht schon die von dem Job. Das sind jetzt einfach nur irgendwelche. Nee, das sind einfach Bäder. Okay. Also, das Tier muss irgendwas benützt. Ja. Ziemlich hoch sein. Ich greife grad bewusst nicht mit der Schwanzattacke an, weil ich die Stamina jetzt fürs Laufen brauche. Sonst muss ich wieder ewig recken. Kommst du um den Bär da rum? Ja, der Bär, der Bär. Nicht, wir sind so dick, weißt ihr? Das, das, das hat's schon. Wir sind ganz dicke miteinander. Wörtlich. Ja. Hihihi. Oh, ganz viele Bären hier. Bären hier oben lang. Ich, ich hab mit denen kein Problem, wie gesagt. Ich, ich find die cool. Und die find mich cool. Hab ich gesagt. Okay, ich komm dich nicht retten. Hahaha. Und außerdem hat ja Velan, ja, Verzeihung, Velonasaurus hat ja auch eine Panzerung gegen Milischaden, also. Das wird immer interessant zu wissen, ob es irgendeine Schwachstelle an den Viechern gibt, die dazu führt, dass man schnell stirbt. Wahrscheinlich. Wir kennen sie nur noch nicht. Am Ende ist es irgendeine Form von Giftschaden. Sehr schön. Sind die Viecher schon am kommen? Hier sind nur, hier ist nur ein Drache gelandet, aber sonst ist noch nichts, also ein gerittener. Sonst ist noch nichts hier. Oh ja, hier sieht man's, nicht schlecht. Das sieht wahnsinnig cool aus von Weitem, wenn ich das mal sagen darf, aber so richtig geil. Das ist mal eine Lightshow. Okay. Das ist mal eine Lightshow. Schild deaktivieren kann, aber ich glaube, das ist schlecht, oder? Äh, das wollen wir nicht, glaube ich. Ja. Kann ich hier safe absteigen, ja? Okay. Mach das mal. Ähm, ich seh da irgendwie gar nichts dran. Wo muss ich denn da gucken? Ach, hier. Hä? Irgendwie ist das der... Die Hitbox ist irgendwie... Aber einfach nur nah genug rangehen, oder? Du musst gar nichts machen. Ich seh gar nichts da irgendwie. Ich kann da gar nicht... Ich kann da reingehen, lol. Ich kann reingucken in das... Aber... Also so richtig rein. Ich hab keine... Keine Möglichkeit drauf zuzugreifen, oder was? Ich kann da... Doch, ah, hier. Jetzt... Hier, Deactivate Shield steht ja... Okay. Da muss man in einem bestimmten Winkel gucken. Das ist ganz komisch. Ähm... Bei mir steht's überall, an jeder Ecke und ich kann auch nicht da durchlaufen. Bei mir irgendwie nicht, keine Ahnung. Es ist wahrscheinlich wieder typisch... Typisch arg. Na gut. Dann müssen wir jetzt hier rum alle... Korrupten Viecher noch wegmachen. Alle korrupten Viecher, die am Schild rum chillen, ne? So, wird was runtergezählt bei euch? Auf meinem Bildschirm jetzt? Nee. Oder an der... An dem Drop jetzt. An der Station. Noch zwei verbleibend. Ja, dann hat das gezählt. Hier sind's da die anderen zwei. Ich mach die weg. Ach nee, warte mal. Jetzt muss ich... Passend, dass ich dich nicht verwechsel mit dem Typen, der hier jetzt noch rum chillt mit uns. Das war die Fanfare. Dann haben wir die erste Welle jetzt, oder? Ja. Nice. Das waren fünf Deals, also... Gott, war das schwer. Ja gut, die erste Welle wird auch die leichteste sein, natürlich, ne? Denk ich jetzt mal. Ich hoffe nur, dass der Loot uns nicht weggeklaut wird von den anderen Leuten, die hier rum geistern. Naja, das wär ein bisschen... Das wär Admin-Kill-Command-Welles. Aber sowas von... Ja, äh, Moran... Ach, da drüben. Geht weiter. Das ist so ein riesiger... Kreis. Da muss man erst mal gucken, wo die Viecher überhaupt sind am Rand. Also... Das... Ist das hier im Terranodon? Hier, guck mal. Die Dilos auch, oder? Wie soll ich denn... Achso, warte, ich kann schießen. Ich kann schießen, ich kann schießen. Warte, ich muss die Flugviecher tatsächlich platt machen. Ach, guck mal da, ein Rex, er ist weiß. Ja, ist Level 64. Wo ist er jetzt? Oh Gott, wo ist er denn? Da. Oh Gott, Dilo. Da oben sind Petris, die wollen immer hin und können nicht, ne? Jaja, ich weiß, ich muss versuchen, die abzuschießen, aber ist gar nicht so einfach. Ich glaub, du kannst die durch die Puppe gar nicht treffen, oder? Nee, ich bin ja außerhalb deswegen. Achso, okay. Alles gut. Ah, hier sind einfach ganz viele Viecher und ich hab keine Stamina. Stamina ist wirklich bei diesen Viechern hier, bei den Velono... Velono... Velo... Mann, ich krieg diesen Namen nicht hin. Velonasaurier. Velona. Bei den Veronasauriern nenn ich sie jetzt einfach. Genau. Da ist das einfach ganz schlimm mit der Stamina, ey. Die halten aber auch ganz schön viel aus, ey. Ist er ein Velo? Ja, ich versuch den gerade zu plätten. Hörst du auf, da auf das Schild einzubeißen, du kleines Schweinchen? So, Backpfeife. Jetzt gibt's Früchte vom Watschenbaum. Hm. Okay. Aber das war jetzt noch nicht die komplette Welle. Äh, es sind noch... Eine. Eine ist es noch. Dann ist doch irgendwo bestimmt wieder so ein kleiner Dino, den man kaum sehen kann. Was mich gerade ein bisschen irritiert, wenn jetzt dieser Schild fällt, ne? Dann ist der Lootrop aber noch nicht komplett verloren, ne? Dann können die immer noch die Drohne selber dann kaputt machen, ne? Ja. Okay. Also... Da gibt's dann so mehrere Stufen auch wieder. Und der fängt dann auch irgendwann an zu brennen, glaub ich. Wenn's dann kritisch wird. Ja. Ja. Jawoll. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Wieder Stegos und Dinos. Und wo? Bei dir? Äh, hier am... Am Fluss. Da wo... Hier sind halt ganz viele Leute. Das irritiert mich grad ein bisschen. Ja, das ist sehr, sehr irritiert. Ich weiß nicht genau, wer jetzt wer ist. Ja, die Leute wollen ja nur helfen. Das ist... Ja, das ist richtig. Aber das... Trotzdem irritiert es mich halt leicht. Weil ich nicht weiß, wer Lea ist und wer nicht. Weil ich die Namen auf der Distanz auch nicht sehen kann, ne? Ähm... Ich seh jetzt hier aber keine korrupten Viecher irgendwie. Doch, da hinten ist ein Petri. Wir haben jetzt grad alles weggefressen. Ja, das war nicht alles... Hier ist ein Petri noch. Warte mal, den versuch ich jetzt mal. Das ist hier an der Ecke. Da ist noch ein Stego und ein Dillo auf der anderen Flussseite. Hier bei... Äh... Bechero. Jawoll! Nice! Das Schießen ist echt geil von den Velonasauriern. So, jetzt hab ich aber keine Stamina mehr wieder. Das alte Problem. Nicht genügend Ausdauer. Aber ich tänke das jetzt einfach mal weg, was der Stego mir hier jetzt reindrückt und regenerier mal die Stamina. Dann mach ich einfach mal eine Schwanzattacke und dann ist der nämlich platt. Jawoll! Okay. So läuft das. Hier sind noch mehr Stegos. Mhm. Bin schon da. Aber man kriegt von denen keine XP? Kann das sein? Irgendwie? Also... Also ich hab schon ein Level gekriegt, aber... Weil ich hab jetzt ja schon noch den Explorer Note aktiv und ich krieg irgendwie... Ah doch, jetzt! Das dauert anscheinend ein bisschen. Ja, crazy! Aber das war immer noch nicht die Welle. Irgendwo fehlt noch was. Sind noch... Keine. Jetzt hab ich noch mal ein Delo weg. Keine. Das war's mit der Welle. Echt? Ja, das war der letzte Delo hier wahrscheinlich. Jetzt kam die Musik! Da springt kurz das Orchester aus dem Lutrop raus, spielt kurz und springt wieder rein. So. Bist du ja echt die Cantina Band aus Star Wars sein? Ja! Dann springen sie wieder rein. Da kommen die Nächsten. Dahinten! Ich glaube von der Seite hier kommen tatsächlich auch welche. Ich schieße mal so ein bisschen wieder. Die Terranodons, die schieße ich mit dem Velonasaurier mal ab. Oder ich versuch's zumindest. Ich traf ihn, ich traf ihn. Die Flak ist aktiv. Das ist wirklich. Man fühlt sich wie so ein Flugabwehrgeschütz mit den Dingern irgendwie. So. Noch mehr Tiere. Noch mehr Tiere. Raptoren sind auch dabei. Vorsicht. Echt? Aber auf der anderen Seite. Da komm ich wahrscheinlich eh nicht hin. Ihr seid wahrscheinlich schon fertig bevor ich da angekommen bin. Ich äh... Geh... Ah! Hier sind Raptoren. Ich hab hier noch einen. So. Stirb. Machen wir eigentlich an dem Schild auch Damage? Ne ne? Ich glaub nicht. Weil wenn ich nämlich hier meine Schwanz... Wenn ich meine Schwanzattacke mache sehe ich nämlich dass der Hitz abbekommt. Deswegen... Nicht dass ich jetzt hier für den meisten Schaden verantworte ich bin den der Schild kriegt nur weil ich daneben stehe und... Oh Gott hier oben sind ganz viele Pietris. Wo ist hier oben? Ich bin gerade ges... Ich bin gerade bespuckt und sehe nichts. Da oben am Schild. Dann war's das. Ich bin gerade bespuckt und sehe nichts. Ich hab's halt mal runter gemacht. Da wo? Oben ist jetzt nichts mehr. Kleines Schweine die Lofi ey. Kann ja wohl nicht wahr sein. Du siehst immer noch lebst. Stirb. Der legendäre Schweine. Du hast den einen Kühler sauer gemacht. Ja. Der Bob kann doch nichts. Ah diese Stamina ey. Ich brauch... Ich muss dringend Stamina jetzt killen nochmal. Hätte ich mal lieber den mit weniger Minidamage und mehr Stamina mitgenommen. Das wäre wahrscheinlich die schlauere Option gewesen. Aber wir haben die nächste Welle besiegt. Wie viele Wellen sind das jetzt noch? Würde es jetzt die letzte sein? Müsste doch eigentlich ne? Weil es geht doch relativ fix eigentlich. Okay. Ich guck mal nach. Und ich habe blau. Ist ja easy. Ja. Also bisher ist das keine Herausforderung. Ich hab natürlich hier wieder das Problem, dass ich... Ah hier. Ah das mit dem gucken ist bei mir. Wähle 4 von 5. 29 Feinde. Also es wird schon merklich knackiger würde ich sagen. Ich mach mal hier auf der Seite die Viecher weg. Ich hätte jetzt mal einen Rex erwartet oder sowas. Ja die sind bei Easy halt super selten. Ich bin da grad ehrlich gesagt gar nicht so sauer drum, dass es keine Rexe gibt. Momentan. So jetzt den zu treffen da hinten ist nicht einfach. Warum treff ich den denn nicht? Kann ich nicht treffen hier. Ich treff ihn auch nicht gerade. Was ist da los? Dilo steckt doch hier. Hey ich hab einen Dilo getötet, der mir nur die Glasses den gedroppt hat. Ja hab ich auch bekommen. Ja also irgendwas geht da gerade mit dem Petri da hinten schief. Oh jetzt haben sie hier aber... Oh. Ja genau. Die Kugel wird kleiner. Ja. Ich glaub mit dem Schießen das sollte ich mir abgewöhnen. Das ist irgendwie nicht so ne geile Option. Ja ich muss wieder warten bis meine Stamina gereckt ist. Ich glaub ich bleib jetzt gleich mal bei dir. Es ist nach Stegos und Dilos auf der anderen Seite. Wenn ich mal schlagen kann mit meinem Schwanz dann geht das richtig fix. Aber wenn ich keine Stamina dafür hab dann geht das nicht so irgendwie. Weißens klingt alles ganz falsch als ich sage. Okay. So. Aber das war doch... Auf jeden Fall genug Polymer. Ja. Das ist gut zum Polymer farmen. Das stimmt. Äh. Denn wie wir ja aus dem Guide gelernt haben sind die Nodules, die Korrupten. Ja. Ein Ersatz für Organic Polymer. An der Stelle wenn ihr es noch nicht gesehen habt schaut euch auf jeden Fall nochmal den Ressourcen Guide an. Auch falls ihr euch Fragen über die bestimmten Ressourcen in Extinction stellen solltet. So. Seht ihr noch was? Äh ne. Irgendwie nicht gerade. Aber es muss ja noch eine Welle jetzt kommen eigentlich. Wie viele sind es denn noch? Na eine noch eigentlich. Wie viele Gegner? Ne wie viele Gegner. Genau. Da muss ich schnell mal an die Stelle laufen. An die einzige wo ich gucken kann wie viele es sind. Einer. Einer. Einer ist noch irgendwo. Vielleicht irgendwo ein Petri da oben. Hier vorne. Seht ihr nicht. Ach da steht wer. Stimmt. Der will irgendwie nicht sterben. Das ist mit dem nicht richtig. Oh Gott. Hier ist ja Wasser. Scheiße. Ihr trefft aber definitiv weiter die Kugel ne? Würde ich auch. Ich würde auch meinen jetzt. Dass ich da Schaden dran mache. Irgendwie. Also laut den Trefferfeedback halt. Also vielleicht zählt ja mein Velonasaurus Schaden da mit rein. Den ich mit meinen Spikes da mache. Wenn ich da schieße und so. Also. Das heißt du darfst nicht mehr da einen Rundumschlag machen. Ja aber das ist kacke. Ich weiß es ja nicht. Keine Ahnung. Warte. Ich bleib jetzt einfach mal bei dir. Dann machst du die Range Viecher weg. Und ich die die close kommen. Okay. Das können wir so versuchen. Ja. Ich hoffe mit meiner Stamina kommt das dann auch hin. Wir werden jetzt ja sehen. Das wird jetzt die größte Horde wahrscheinlich. Die jetzt kommen. Da sind Stegos. Ja. Und Petris. Ich versuche die Petris zu erschießen. Aber das hat gerade eben auch nicht ganz geklappt. Tatsächlich. Petris kommen einfach nahe zu und sind damit weg. Oder so. Ja aber. Oder der eine da der fliegt jetzt üben. Über der Kuppel. Üben. Ach hier. Üben drüben. Warte mal. Das muss ich jetzt mal wirklich versuchen abzuschießen. Das hier. Ich treffe den gar nicht. Ganz komisch. Da ist ja auch die Stamina so schnell weg beim schießen. Das ist kacke. Mehr Stamina. Oder ein Stamina Stim Getränk. Wäre vielleicht auch eine Lösung für den hier. Stimulantien. Das könnte helfen. Beim Velonasaurus. Oder auf der anderen Seite sind noch ganz viele. Ich habe genau gesehen wie du den Rex gefressen hast. Ja musste ich. Der wollte mich angreifen. Haha. Höh. Waren hier nicht gerade noch Tiere. Jetzt sind sie alle weg. Ah hier sind noch Dillos. Ihr kleinen Schweinchen. Hast du Dildos? Ja. Genau. Die. Die weltberühmten Dildos. Das sind noch. Bei. Ah. Stell dich am besten schon mal hier dran. Oder? Du da oben ist noch ein Paranodon oben. Aber den kriege ich da nicht weg. Weil der so senkrecht über der Kuppel ist. Ja ja. Ich will es nicht. Warte. Stell dich schon mal dran. Ich soll mich dran stellen. Ja ok. Falls da nicht dass da jetzt jemand kommt und so. Genau. Ich hoffe ich kann dann jetzt auch vernünftig darauf zugreifen. Bei mir ist die Zugreifbox so komisch. Ja ich versuch's auch. Äh. So müsste es eigentlich gehen. Two Hostiles remaining. Zwei Feinde. Noch. Ich versuch mal den Petri runter zu holen. Einen Feind. Einen Feind. Das ist nur noch der Petri jetzt. Irgendwie. Jetzt nimmt mir glaube ich der Spino tatsächlich die. Kannst du mit dem Spino ein Stückchen zurück gehen? Sonst nimmt der mir hier die. Sehr gut. Ja. Eject Items. Warum geht das jetzt nicht? Ja jetzt. Schnell. Ah. Hast du? Ja hab ich. Ah hier liegen jetzt überall Boxen. Ah die Blacken irgendwie ganz komisch rum hier. Nehmt alles auf. Aufheben aufheben. Fortschrittliche Pike. Oh Gott da sind Steine dabei. Oh Gott. Nehmt es mit. Bark Powder war da drin auch. Ich hab ne Armbrust bekommen. Ich hab Polymer. Nimm die die die. Ah ich schenke hier an den Spinos. Wir müssen die Tiere da wegpacken wenn wir das machen. Ah ich bin überladen. Ich hab nen Pokeball gekriegt. Wir müssen. Wir müssen dringend die Tiere. Robert Rühmann schnappt sich hier auch grad schon Sachen. Ja. Naja er hat ja mitgeholfen. Sie müssen uns beeilen. So geil sind. Ich find hier irgendwie nichts mehr. Ähm wir sollten auf jeden Fall die Spinos dann nicht da hinstellen weil man kann da nicht dran vorbeigehen wenn man hier das dann rumläuft und das aufsammelt. dann hängt man daran fest. Das ist irgendwie ungünstig. Ich hab ne Gilihose. Ne Apprentice. Ich habe auch irgendwas. Ich habe eine Pike hab ich bekommen. Eine blaue. Eine Pike hab ich auch. Ich hab einen Empty Kryopod hab ich gekriegt. Oh. Das ist der Pokeball. Das ist ein Pokeball. Das heißt wir haben schon zwei. Ach hier Robert Rühmann droppt das Zeug. Ah. Danke sehr. Er hat einen Kryopod gekriegt. Kryopod. Äh. Gilihosen. Gilihosen. Buckpowder. Curry. Da hab ich einen Print für eine tolle Sichel und ein fertiges tolles Schwert. Ja geil. Danke Siav an alle die mitgeholfen haben. Und äh. Ja. Das sind Steine hier ne. Geile Sache. Ich meine das war jetzt nicht einer der besten. Wie gesagt das war jetzt ja einer der einfachsten. Das war jetzt gar nicht so ein großes Thema eigentlich ne. Ich tu mal die Sachen in dein Velo rein. Mit dem Spino hat das echt gut funktioniert. Ja ne. Ja dafür dass wir jetzt mal die Kryopods ausprobieren gleich. Wir könnten natürlich jetzt die Kryopods ausprobieren. Huch. Hat sich jetzt hier einer von meiner Nase ausgenockt. Ah ne hier ist er. Destroyer Reboot. Und. MP12. Hat sich's gelohnt. Also erstmal natürlich danke an alle die mitgeholfen haben. Es war auf jeden Fall lohnenswert. Wir haben jetzt hier mehrere von diesen Kryo Kapseln. Pokébellen bekommen. Und wir haben auch ein paar Sachen wie Gili hab ich gesehen. Und verbesserte Pikes. Also für den wenigen Aufwand den das jetzt gebraucht hat. War das schon ganz gut eigentlich. Besser als die normalen Loot Drops. Irgendwie. So. Ich würde sagen wir suchen einfach noch einen. Wär jetzt so meine. Mein Vorschlag. Ich kann noch ein bisschen was droppen. So was ich nicht gebrauchen kann von dem Zeug. Das könnt ihr gerne. Genau. Shadow droppt jetzt noch ein paar Sachen die er nicht gebrauchen kann. Und dann könnt ihr das da von mir aus auch noch nehmen. Wenn ihr das braucht. Vielleicht habt ihr auch schon geilere Sachen. Das müssen wir ja nicht. Also solange es nicht zu chaotisch wird. Könnt ihr gerne uns folgen. Was das angeht. Könnt ihr gerne mitkommen. Das war jetzt. Hat jetzt ganz gut funktioniert eigentlich. Und dadurch dass wir PvE an haben. Machen wir ja auch uns auch nicht gegenseitig schaden. Oder auch nicht am Loot Drop. Deswegen passt das ja ganz gut eigentlich. Ich bin halt schon muted. Nein. So. 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 Ja. Das ist Wahnsinn. Also. Ich muss sagen. Das ist definitiv die bessere Mechanik für Loot Drops. Als die. Die man vorher hatte. Mit dem hinfliegen. Aufmachen. Gucken was drin ist. Und feststellen. Dass wieder nur eine blöde Flasche drin ist. Oder ein Croplot. Also so finde ich das auf jeden Fall geiler. Muss ich sagen. So hat man was zu tun dabei. Man. Ähm. Es ist nicht so. Es ist nicht so. Es ist nicht so. Wie sagt man. So lapidar irgendwie. Und so unwichtig. Man muss was dafür tun. Genau. Und äh. Es fühlt sich auch sinnvoller an. Irgendwie. Also der Weger. Da schlägt gerade jemand vor. Einen Alpha Drachen zu machen. Ist das eine gute Idee mit den Tieren. Die wir haben. Ich will jetzt irgendwie die Spinos ungern verlieren. Ja. Das wäre böse. Da lasst uns doch lieber noch mal ein paar Drops machen. Oder nicht. Ja. Also ich. Ich stimme dir zu. So wir können das machen. Wobei ich auch der Meinung wäre. Dass wir einen Alpha Drachen schaffen würden. Schaffen wir den. Mh. 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 Wir wollen das hier wiederholen. Nee, wie denn? Deine Tiere sind doch tot. Also ich leb noch. Was? Echt? Sind die Spinos nicht gestorben? Doch. Oh, scheiße. Alter. Das gibt's doch nicht. Das kann alles nicht wahr sein. Oh Gott. Ja gut, dann... Dann war das... Es hat sich direkt die nächste Kuppel aktiviert, weil wir hier waren. Oh shit. Ja, super. Aber was ist denn das für eine... Das ist irgendwie Kacke, muss ich sagen. Oh Gott. Mann. So eine Scheiße. Okay, merken. Wenn wir das geschafft haben, bloß schnell weg da. Oh Kacke. Okay, naja. Wir haben jetzt noch einen High-Level-Velona. Oh, der Velonasaurus, ey. Da tut mir ja mit jetzt am meisten weh. Und die Spinos auch. Wie schlimmer. Das ist beides schlimm. Das ist beides Kacke. Ach man, ey. Ja gut, was mach ich denn jetzt? Jetzt muss ich versuchen, da irgendwie hinzukommen, damit ich wenigstens noch ein bisschen Zeug retten kann. Oder könnt ihr das da alles in die Tiere reinstopfen? Geht das alles? Welche Tiere? Habt ihr überhaupt noch da irgendwas? Liebt da irgendwas? Gar nichts mehr. Also ich bin alleine hier und Lonza ist jetzt auch wieder mit dem Drachen da. Wir können ein bisschen in den Drachen packen. Okay, dann packt auf jeden Fall... Ich bin mit der Eule jetzt auch gleich wieder hin. Das mit dem wichtigsten Stuff, Sättel und sowas vielleicht auch. Keine Ahnung. Auch mal rein. Ich guck mal, ob ich noch... Und die Pokebälle. Die Pokebälle und sowas. Alter, was für ein... Ich bin einige Pokebälle gerettet, aber ich weiß nicht, ob es alle sind. So eine Scheiße, ey. Das ist mal... Also... Es ist ja auf der einen Seite sehr realistisch irgendwie, aber auf der anderen Seite ist es auch ziemlich bescheuert. Also das mit dem... Wir sind dann alle tot, wenn das Ding nochmal runterkommt. Ja, das ist irgendwie schon blöd. Ich fände es ja okay, wenn man viel Schaden bekommt dabei, weißt du? Aber das direkt alles instantan... tot ist, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Keine Ahnung. Naja. Weißt du was? Ich nehme mir jetzt so einen Enforcer und komme trotzdem mal zu euch, weil ich will jetzt nochmal wenigstens... Eine Eule. Oder eine Eule. Ja, ich weiß nicht, ob die Eulen hier noch Sättel haben. Warte mal. Die Eule hier hat schon mal keinen... Die Eule hier hat einen Schneeöle, nehme ich jetzt. Wenn ich umbringe. Ha! Wenn ich von oben irgendwie ein brennender Lootrop von oben runterfällt, dann sollte das kein Problem sein. Ja, dass das blau ist und nicht violett hier. Tja, das kann man schwer sagen. Also, ich konnte das schwer einschätzen, als er mir auf den Kopf gefallen hat und mich getötet hat. Flash schreibt, ich habe noch ein Spino-Ei von euch. Ein fertilisiertes? Glaube ich eher nicht, oder? Oder habt ihr jemanden Eier gegeben? Nein. Also, es kann sein, dass es ein normales Ei ist, so, aber... Achso. Ja, dann... Okay. Okay. Jetzt weiß Spielberg, wie es sich anfühlt, als der Meteorit runterkam und alle Dinos starben. Ja, die haben wahrscheinlich auch gesagt, oh, guck mal, da kommt noch ein Luthor. Bäm! Guck mal! Das ist so schön! Bäm! Scheiße, ey! Alter! Was für ein Schockeffekt! Aber da haben sie sich mal eine Überraschung einfallen lassen, ey! Epischster Fail! Woher sollen wir denn das auch wissen? Mal ehrlich jetzt! Wir sollten hier weg. Ich bin jetzt da gleich. Ich will mal gucken, ob ich vielleicht wenigstens meine Leiche noch wieder finde. Die anderen hier, die sind wieder fleißig dabei, da die Viecher platz zu machen, glaube ich. Also da vorne sehe ich meine Leiche auf jeden Fall. Das ist natürlich alles Futschikado. Hattet ihr von dem Velanosaurus jetzt da eigentlich den Sattel noch mitgenommen? Ja, habt ihr. Okay. Ja, habe ich. Dann kann ich ja noch mal bei mir reingucken. Hat irgendjemand aus der Eule den Kryoport rausgenommen? Ich habe einen. Ich habe einen Kryoport gelootet, ja. Du bist gerade auf meiner Eule, Shadow. Das ist jetzt definitiv eine Sache, weil, ne? Aber hast du denn gutes Zeug dabei? Hast du überhaupt Zeug dabei? Ich habe jetzt halt die Pike dabei, ich habe halt mich dabei. Du das auch mal in die Eule sonst? Alles, was ich dabei habe. Genau. Ich würde sagen, an der Stelle ist diese Folge auch wieder zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind oder abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan haben solltet. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge Ark Extinction. Bis dann, ciao, ciao. Dann kannst du dich jetzt erschießen.